Hallo ihr Lieben, bei uns gibt es heute Gnocchi mit Tomate und frisch geriebenen Parmesan, zubereitet in der Cook for me. Das Rezept habe ich aus diesem Buch und minimal abgewandelt. Das ist also das Original und ich zeige euch heute meine Version. Die Gnocchi sind innerhalb von vier Minuten auch schon fertig. Jetzt wird schon abgedampft und ich lasse euch in den Topf schauen. Und ich wechsle zur Mane in Eingabe klassisches Garen und Braten und der Topf wird erhitzt. Etwas Öl wird angegossen, eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen werden zugegeben und angebraten. Nun werden etwa 400 Gramm Tomaten zugegeben. Nach zwei Minuten werden 600 Gramm Gnocchi aus dem Kühlregal zugegeben. Nach Belieben wird gewürgt mit Pfeffer, Salz und Schienflocken. Ein Becher Trink frisch wird untergerührt. Und nach Belieben frisches Basilikum. 50 Milliliter Wasser werden angegossen und der Topf wird geschlossen. Und ich wechsle zum Programm Garen unter Druck für schnelle vier Minuten. Und es wird langsam ganz sanft abgedampft. Ich beende das Programm. Und öffne den Topf. Und das duftet super cremige Gnocchi mit Tomaten. Und Basilikum hätte etwas mehr sein können. Also ich werde das Ganze anschließend mit Parmesan bestreuen. und mit Basilikum garnieren. Pryatno. Mit frischem Parmesan bestreuen. Die frischem Parmesan, Musik 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 Musik